Ich rede nicht davon, sich zu schämen. Es liegt eher an der Arbeit, die nicht getan wurde. Wenn man sich eiskalt die Tabelle anschaut, dann haben wir null Punkte, das stimmt. Aber wir hätten zu Hause auch einen Punkt gegen Arsenal holen können. Das war ein gutes Spiel von uns. Auch in Dortmund finde ich, dass wir gut gespielt haben, obwohl wir auf einen starken Gegner getroffen waren. Wenn man sich unsere Leistungen im Ganzen anschaut, das mag paradox klingen, aber dann finde ich, dass wir gar nicht so schlecht waren. Mal abgesehen von einer der Arsenal-Partien. Selbst in Neapel hätten wir was Besseres erzielen können. Morgen geht es gegen eine Dortmunder Mannschaft, die mit ihrem Spiel für uns eine der Referenzen des europäischen Fußballs ist. Ich denke, dass wir anders in diese Partie gehen müssen, als wir es sonst getan haben. Ich denke auch, dass die Spieler sich im Klaren sind, dass sie in ihrer Einstellung was verändern müssen. In ihrer Erstellung in ihrem Leben, in ihrer Tat d'Esprit.